»Gebt Befehl verstanden zurück«, meinte Elgata einen Moment später mit unbewegtem Gesichtsausdruck. Mendel klapperte noch ein paar Mal, dann schloss er die Klappe der Laterne ein letztes Mal und drehte den breiten Docht herunter, bis sie erlosch. Auch er schien nicht glücklich. Das ferne Licht verschwand. »Was war die Antwort?«, fragte ich. »Wir sollen aufschließen und in die Formation einfallen«, erklärte Elgata. »Das war ein ziemlich langes Signal für eine solch kurze Nachricht«, sagte ich zweifelnd. Mendel hielt mir ein lederbezogenes Schreibbrett hin und sah Elgata fragend an. Sie nickte seufzend. Ich nahm das Schreibbrett, schlug das lederne Deckblatt hoch und las die Nachricht. Esen hatte es für nötig befunden, Elgata ausführlich darauf hinzuweisen, dass sie unter seinem Kommando stand und er Feigheit nicht dulden konnte. Sie habe sich der Formation anzuschließen und er würde ein Auge auf sie haben, wenn es zum Kampf käme, um zu sehen, ob sie ihre Pflicht erfüllen würde. Eine Menge persönlicher Worte für einen Befehl. »Sind Duelle in Asgir erlaubt?«, fragte ich, als ich das Brett an Mendel zurückgab. »Nicht ohne weiteres«, meinte Mendel bedauernd. »Es bedarf der Erlaubnis des Kommandanten persönlich. Er wird sie nicht erteilen. Leider. Er kann uns befehlen, was er will«, stellte Elgata fest. »Wir machen bereits volle Fahrt, und es wird trotzdem dauern, bis wir zu ihm aufgeschlossen haben. Er läuft uns davon.« Sie sah mit zusammengekniffenen Augen zu den fernen Segeln. »Es ist, wie ihr vermutet habt, General«, sagte sie. »Die Piraten haben abgedreht, und er ist hinter ihnen her.« »Wenigstens ist er klug genug, Formation zu halten«, meinte Mendel. »Eine Galiasse sollte immer von einem wendigeren Schiff begleitet werden.« Er schaute zu mir herüber. »Es ist, wie ihr sagt. Die schweren Schiffe sind der Amboss.« Drachenfeuer Es war seltsam, untätig dabei zuzusehen, wie sich das Drama abspielte. Man fühlte zwar, wie schnell die Schneevogel die Wellen ritt, die Gischt stieg jedes Mal hoch auf, wenn sie ihren Dorn in die nächste Welle rammte, doch zu den anderen Schiffen der Reichsflotte schlossen wir nur langsam auf. Ich war überrascht, wie schnell die Galiasse war. Der Regen hatte bereits eingesetzt und behinderte noch zusätzlich die Sicht. »Sie ist schnell«, sagte Amos. »Wir befanden uns jetzt auf dem Vorkastell. Mendel und Elgata waren beschäftigt, und auch Amos war mit dem größten Teil seiner Gedanken bei der Balliste, die er prüfend musterte.« »Alle Schiffe der Reichsstadt sind schnell. Aber die Galiasse ist nicht wendig. Nicht bei diesem Seegang und unter Segeln. Unter Rudern ist es besser. Aber dafür ist die See zu rau. »Ruder?«, fragte ich erstaunt. »Mir waren sie nicht aufgefallen.« »Sie hat zwei Ruderdecks mit hundertzwanzig Rudern. Sie waren nur nicht ausgebracht. Deshalb habt ihr sie nicht gesehen. Sie ist eine Mischung aus einer Galeere und einem Segelschiff. Die hohe See ist nicht ihre Heimat, sondern die Küsten. Dort ist sie tödlich.« »Hier«, er schüttelte den Kopf. »Für einen Kampf unter Segeln ist sie nicht wendig genug. Deshalb braucht sie Schutz durch die Schwertschiffe.« Er prüfte die mannslangen Bolzen, die an der Seite aufgeschichtet waren, und beugte sich vor, um an einer stählernen Spitze zu rütteln. Sie saß fest und sicher. Er richtete sich auf und schaute nach vorn, wo die Samara nur langsam größer wurde. Die Abenddämmerung setzte allmählich ein. Das Wetter und das Licht machten es schwer, die Piraten in der Ferne auszumachen. »Ich bin der Ansicht, dass ihr Recht habt«, sagte er. »Zumindest das Schwertschiff hätte schon einen größeren Abstand erreichen müssen. Man könnte vermuten, dass sie die kleineren Schiffe nicht wehrlos zurücklassen wollen. Aber es sind Piraten. Solche Gedanken sind ihnen fremd. Es ist, wie ihr sagt, wir werden angelockt. Ein gutes Stück Seemannskunst, es so präzise auszuführen. Aber niemand sagt, dass die Piraten nicht segeln können. Wieso sind die kleineren Schiffe nicht schneller? Ein großes Schiff ist nicht immer langsam. Es kommt darauf an, wie viel Segel es setzen kann und wie es getakelt ist. Die Schwertschiffe und auch die Schwerthändler sind sehr schnelle Schiffe. Gerade bei solchem Wind. Dennoch, die Piraten könnten schneller sein. Sie sorgen dafür, dass die Galeasse nachkommt. Auf sie haben sie es abgesehen. Er schüttelte den Kopf. »Henos ist ein guter Mann. Er muss auch wissen, dass etwas faul ist.« Ich hatte etwas anderes bemerkt und wies mit dem Finger hoch in den immer dunkler werdenden Himmel. »Götter«, rief er, als er den Vivern über uns hinwegziehen sah. »Was sind denn das für Biester?« Er schaute dem Wesen nach. »Das Biest sieht wie ein kleiner Drache aus oder eine fliegende Schlange. Ich habe gehört, dass sie wie Drachen Feuer speien können. Aber selbst gesehen habe ich es nicht.« »Feuer, Holz und Segeltuch passen gar nicht zusammen,« stellte er mit gerunzelter Stirn fest. »Vor allem nicht auf See.« Er beäugte unsere Segel. »Wenigstens sind sie nicht trocken. Trotzdem brennen sie gut genug, wenn man ihnen einen Anreiz dazu gibt.« Der Vivern flog weiter in Richtung des Flaggschiffs. Er war von Achtern gekommen. Dort war weithin kein Land. Er flog einen Bogen und kam dann zurück, führte einen kleinen Schlenker aus, um über uns hinweg zu rauschen und flog dann fort in die gleiche Richtung, aus der er gekommen war. Ich sah ihm nach. »Ich weiß, was ihr denkt, General,« sagte Amos. »Ihr vermutet dort eines dieser schwarzen Schiffe.« »Wenn ich drei Schiffe hätte, würde ich nicht nur mit einem auslaufen,« sagte ich. »Außerdem würde ich dafür sorgen, dass die Falle sich von allen Seiten schließt.« Doch Amos hörte nicht zu, sondern fluchte leise. Ich folgte seinem Blick zur Samara. In der Dämmerung und mit dem Regen war es immer schwerer geworden, die Schiffe zu erkennen. Doch jetzt hatte die Samara ihre Laternen entzündet und die beiden anderen Schwertschiffe taten es ihr nach. Ich nickte Amos zu und eilte zu Elgatha. Sie stand an der Reling und schaute durch ihr Seerohr. Als ich an sie herantrat, setzte sie es ab. »Essen ist ein Idiot,« verkündete sie. »Dem entnehme ich, dass ihr nicht vorhabt, die Laternen zu entzünden?« »Um den Piraten damit den Weg zu uns zu weisen,« fragte sie mit einem freudlosen Lachen. »Nein.« Gut, aber es gibt ein anderes Problem. Ich berichtete ihr von der Jagd auf die Lanze und welche Rolle der Vivern dabei gespielt hatte. Je länger ich sprach, desto mehr verhärtete sich ihr Gesicht. »Amos hat dieses Biest auch gesehen?«, fragte sie. »Ich wundere mich, dass es sonst niemand erblickt hat,« gab ich Antwort. »Ich sah euch oft genug nach oben schauen, um das Wetter einzuschätzen.« »Im Moment liegt unser Augenmerk auf anderen Dingen, General,« sagte sie mit Blick auf das Flaggschiff. Dann schaute sie nach oben. Aber außer den dunklen Wolken und den Möwen gab es dort nichts zu sehen. »Was ihr mir berichtet, ändert die Lage deutlich. Ihr sagt, dieser Vivern hat die Piraten direkt zu eurem Schiff geführt?« Ich nickte. Sie überlegte kurz und winkte Mendel heran. Zugleich gab sie einem der Schwertkadetten den Auftrag, Amos zu ihr zu schicken. Der Korporal berichtete den beiden Offizieren, was er gesehen hatte. »Was meint ihr, Amos?«, sagte Mendel beinahe lässig. »Könnt ihr das Biest treffen?« »Ich habe meine Zweifel,« gab Amos zu. »Vor allem, weil ich nicht so steil nach oben schießen kann. Der Rahmen lässt nur einen bestimmten Winkel zu.« Elgathas schaute zum Flaggschiff und traf eine Entscheidung. »Sobald es gänzlich dunkel ist, ändern wir den Kurs.« Ihr Blick lag nun auf mir. »Seid ihr sicher, dass sich das feindliche Schiff hinter uns befindet und uns folgt?« »Der Vivern flog so gerade wie ein Pfeil,« antwortete ich. »Gut,« meinte sie. Sie trat an den kleinen Kartentisch vor dem Ruder und klappte den Deckel auf. »Wir müssten uns hier befinden,« sagte sie und legte einen Finger auf einen Punkt der Karte. Sie sah Fragen zu Mendel, der blickte hinüber zu den fernen Kegeln der Feuerinseln und nickte. Nach unserer letzten Positionsbestimmung, dem Winkel zur Insel, unserer Geschwindigkeit, ja.« Sie wandte sich an Amos. »Also müsste sich dieses Schiff hier befinden?« Der runzelte die Stirn. »Vier Strich weiter östlich, würde ich sagen.« Sie bewegte ihren Finger leicht. Ich sah auf die Karte hinab und versuchte zu verstehen, was die anderen dort sahen. Für mich war es ein Stück Papier mit Linien darauf. Zu viele Linien. Ich verstand nicht, was sie bedeuteten. Sie warf einen Blick auf den Magnetstein, der in einem Messinggehäuse am Ruder schwamm, nahm ein dreieckiges Lineal und legte es an der Karte an. »Mendel,« sagte sie, »wir brechen nach Backbord aus. Zwölf Grad Süd-Süd-Ost.« Sie spreizte die ersten beiden Finger und drehte ihre Hand, um die Entfernung zu markieren. »Für eine Kerze.« »Dann schlagen wir einen Haken.« »Ich will hinter dieses Schiff gelangen. Wenn wir es binden können, geben wir vielleicht Esen eine kleine Chance, der Falle zu entkommen.« Mandel nickte knapp. »Er wird uns dennoch einen Vorwurf daraus machen, dass wir seinem Befehl nicht gefolgt sind.« »Dazu muss er erst mal überleben,« sagte sie hart. »Wir versuchen es doch nur, um ihm eine Chance zu geben. Wenn er das nicht einsieht, ist er wirklich dumm.« »Wenn er uns anklagen will, müssen auch wir überleben,« gab Amos zu bedenken. Er kratzte sich am Hinterkopf. »Es ist schon etwas kühn, uns allein mit diesem Schiff anzulegen.« Sie lächelte. »Habt ihr wirklich gehofft, ihr würdet euren Ruhestand noch erleben?« Amos lachte. Den Gedanken habe ich schon aufgegeben, als ich das erste Mal an Bord ging. »Ihr seid schon immer klug gewesen, Amos.« Sie grinste und wurde sofort wieder ernst. »Korporal? Bereitet das Drachenfeuer vor. Devon soll euch helfen, es anzumischen. Er hat eine ruhige Hand. »Ich will dieses schwarze Schiff brennen sehen.« »Drachenfeuer anmischen?« »Bei diesem Seegang?«, fragte Amos zweifelnd. »Ihr habt recht,« entgegnete Elgata mit einem strahlenden Lächeln. »Ihr solltet darauf achten, dass nicht wir es sind, die brennen.« »Eis, Herr!«, rief Amos und salutierte, bevor er davon eilte. Elgata klappte den Kartentisch wieder zu und schaute zu mir hoch. »Es tut mir leid, General.« »Was ihr leid tat, sagte sie nicht, aber ich konnte es mir denken.« Als die Nacht endgültig hereinbrach, stand ich auf dem Achterkastell und sah zu, wie die Welt von Dunkelheit verschluckt wurde. Die dunklen Wolken über uns nahmen den Monden und Sternen jedes Licht. Das schlechte Wetter tat ein Übriges dazu. Nur ab und zu sah ich in der Ferne die Laternen des Flaggschiffs aufblinken, so schwach, dass es auch eine Täuschung hätte sein können. »Ihr könntet dem Lanzenkapitän befehlen, von ihrem Plan abzulassen,« sagte Mendel leise, als er neben mich trat. »Ratet ihr mir das?«, fragte ich, und er schüttelte entschieden den Kopf. »Nein. Ich stehe ja voll und ganz hinter ihr. Ich wollte eher fragen, warum ihr den Befehl nicht gebt. Ihr seid keine Seeschlange, General. Das ist nicht euer Kampf. Warum befehlt ihr uns nicht, euch nach Asgir zu bringen?« Der Wind trug Gischt zu uns. Ich wischte mir das Salzwasser aus dem Gesicht, ohne es richtig zu bemerken. Es war schon erstaunlich, wie schnell man sich an manches gewöhnen konnte. Ich hatte schon vergessen, wie es sich anfühlte, trocken zu sein. Überraschend war nur, dass mein Magen keine Probleme mit der rauen See hatte. Sie schien ihn eher zu beruhigen. Diese drei schwarzen Schiffe haben einen Grund, hier zu sein, sagte ich. Sie werden uns schaden, wenn sie nicht aufgehalten werden. Ich zuckte mit den Schultern. Das ist schon alles. Elgathas Plan ist kühn, meinte er. Die Aussichten auf ein erfolgreiches Gelingen sind eher gering. Wenn man nichts versucht, scheitert man immer, meinte ich. Was genau ist der Plan? Und was hat es mit diesem Drachenfeuer auf sich? Drachenfeuer ist eine Paste, die wir auf unsere Bolzen schmieren und anzünden, erklärte Mendel. Es ist nicht leicht, sie herzustellen. Sie kann sich selbst entflammen. Brennt sie einmal, kann man sie nicht löschen. Diese Paste brennt auch unter Wasser. Unsere Alchemisten liefern sie uns in zwei Töpfen, deren Inhalt man in einem genauen Verhältnis mischen muss. Wenn Devon und Amos einen Fehler machen, sind wir es, die brennen. Daraus folgt Elgathas Plan. Sie will dieses schwarze Schiff abfackeln. Wenn unsere Brandbolzen treffen, wird der Wind das Feuer zu einem Feuerbrand anfachen, der nicht zu löschen ist. Klingt einfach, sagte ich. Er lachte. Damit habt ihr sicher recht, meinte er, und trat an den Steuermann heran. Der warf das große Rad herum, während Mendel weitere Befehle nach vorn rief. Wieder wurden Taue gestrafft und andere gelöst. Es ging wohl darum, den Wind bestmöglich einzufangen. Wenn das Schiff seinen Kurs ändern wollte, mussten auch die Segel anders gesetzt werden. Es war ohne Zweifel eine Kunst. Ich lehnte mich an die Reling und sah zu, wie die schattenhaften Gestalten die Strickleitern zu den Masten hochstürmten oder an Tauen zogen. Alles ohne genau sehen zu können, was sie taten. Ich mochte mich ein wenig an die See gewöhnt haben, aber ein Seefahrer würde ich nie werden. Die Schneevogel war im Vergleich zur Lanze ein großes Schiff. Dennoch fühlte ich mich an Bord eingesperrt. Wie der Admiral schon gesagt hatte, über Wasser konnte man nicht marschieren. Beinahe hätten wir das schwarze Schiff verfehlt. Wäre nicht etwas Absonderliches geschehen. Mitten in der Nacht tauchte plötzlich eine Reihe von gut zwanzig trübrot glühenden Punkten am Himmel auf. Elgata, die ihr Seerohr zur Hand hatte, sah sie als Erste und fluchte laut und ausdauernd. Ich war beeindruckt. Den Fluch mit dem Esel und der Meerjungfrau kannte ich noch nicht. Wortlos reichte sie erst das Rohr an Mendel weiter und der dann nach einem unterdrückten Götter auch an mich. Wie üblich hatte ich Schwierigkeiten, bis ich das Rohr richtig ausgerichtet hatte. Es waren Vivern, dunkle Schatten gegen den dunklen Himmel. Es waren kaum Einzelheiten zu erkennen. Sie hielten Körbe aus Draht in den Krallen. Darin lagen rotglühende eiserne Wurfpfeile. Gerade als ich einen der Vivern im Bild hatte, senkte das Tier den langen Hals und blies ein heißes Feuer auf den Korb in seinen Krallen. Gleich darauf taten die anderen Vivern es ihm gleich und für einen Moment wurde der Himmel von Feuer erhellt und zeigte uns diese Bestien in einem unheilvollen roten Licht. Jeder sah sie diesmal und die Besatzung konnte ihr Entsetzen nicht verbergen. Gebete und leise Flüche wurden hervorgestoßen, bis Mendel vortrat und Ruhe befahl. Dort, meinte Elgata und wies mit der Hand in die Schwärze. Zuerst sah ich es nicht. Dann plötzlich fügte sich das Bild zusammen. Ein riesiger Schatten in der Dunkelheit. Ein roter Schein spielte auf dem Bug und dem Heck, dort wo Platz für weitere Ballisten gewesen wäre. Ich verstand, warum sie fehlten. Die Vivern brauchten diesen Platz und etwas anderes ergab nun auch Sinn. Die Beschwerde der Piraten über den hohen Nahrungsverbrauch dieser Schiffe. Ihr hattet recht, sagte Elgata hart, als sie die Hand nach dem Rohr ausstreckte. Ich reichte es ihr zurück. Es war eine Falle, aber sie gestaltet sich anders, als wir dachten. Götter, diese Vivern lassen glühende Bolzen auf die Schiffe herabfallen. Ich konnte nur fassungslos den Vivern nachschauen, wie sie mit ihrer todbringenden Last davonflogen. Sie schlangen, rief Elgata mit lauter Stimme. Wir haben gesehen, was sie unseren Kameraden zugedacht haben. Aber wir geben ihnen ihre eigene Medizin zu schlucken. Wir haben nur wenig Zeit, bis diese Bestien zurückkehren. Lasst sie uns nutzen. Die Seeschlangen brachen in ein donnerndes Ei-Eis-Herr aus. Das Schiff schwenkte herum. Mendel war selbst am Ruder. Der Steuermann stand neben ihm bereit. Drei weitere Soldaten hielten schwere Schilde hoch, um das Steuerrad zu schützen. Wie ein wildes Biest stob die Schneevogel an den Riesen heran, der uns offenbar noch nicht gesehen hatte. Auf dem Deck knieten die Soldaten in drei Reihen nieder und legten sorgsam Bolzen auf ihre Armbrüste. Elgata stand neben Mendel, ihr Gesicht eine harte Maske in der Dunkelheit, nur ihre Augen glänzten entschlossen. Ich war nur ein Passagier. Aber auch mich packte dieser Moment. Wir schossen auf das fremde Schiff zu, als wäre der Namenlose hinter uns her. Höher und höher ragte das Heck des Riesen vor uns aus dem Wasser. Ein donnernder Schlag und ein Bolzen flog davon. Noch in der Luft entzündete er sich und schlug dann hart und weiß brennend in das Heck des Feindes. Noch immer gab es von dort keine Reaktion. Immer weiter hielt Elgata auf den Riesen zu. Ein zweites Mal donnerte die Balliste. Dieser brennende Bolzen allerdings schlug nicht in die Bordwand ein, sondern traf durch glückliche Fügung eines der breiten Fenster oben im Heck, durchschlug es und landete im Inneren. Mendel gab einen neuen Befehl und zu meinem Erstaunen wurden die Segel gerafft. Die Leute zogen an den Tauen, als ob ihr Leben davon abhing. Immer näher kam der mächtige Rumpf mit seinem Ruder, das höher als unser Schiff war. Die Schneevogel verlor etwas Fahrt, aber nicht viel, und jetzt erst verstand ich, was Elgata vorhatte und fluchte. Kein Wunder, dass Mendel ihren Plan kühn genannt hatte. Festhalten! rief er, aber ich klammerte mich ohnehin schon mit der Kraft der Verzweiflung an die Tauer der Takelage. Mit einem berstenden Geräusch, das alle Sinne erschütterte, fuhr die Schneevogel dem Riesen von hinten ins Heck, nur knapp vorbei an dem mächtigen Ruder, das unsicherlich gespalten hätte, wenn Mendel den Kurs nicht so fein ausgerichtet hätte. Die Armbrustschützen schossen ihre Pfeile ab. Ein Schauer von gut fünf Dutzend Bolzen stieg steil empor, über das hohe Heck hinweg, um irgendwo ungesehen einzuschlagen. Die meisten dieser Bolzen entzündeten sich schon beim Abschuss. Dieselben Soldaten, die soeben noch geschossen hatten, ließen ihre Armbrüste fallen und brachten in einem geübten Manöver große Ruder aus. Ein guter Teil von ihnen allerdings hob schwere Schilde über sich und ihre Kameraden. Aus gutem Grund, denn jetzt regnete eine Wolke von Pfeilen und Bolzen auf uns herab. Darunter auch, zu meinem Erschrecken, ein gutes Dutzend glühender Bolzen, die schwelend in der Deckbeplankung stecken blieben. Man hatte uns jetzt wohl doch bemerkt. Einer der Schwertkadetten rannte herbei und schüttete einen Eimer über drei der glühenden Bolzen aus. Ein weiterer Bolzen und ein Speer traf ihn und nagelten ihn zuckend an Deck fest. Ich schlug einen Armbrustbolzen mit der Hand zur Seite, sodass er harmlos an mir vorbeisurrte und duckte mich hinter die Reling. Kein Grund, dem Gegner noch ein Ziel zu bieten. Vorne donnerte die Balliste. Aus kürzester Entfernung schoss Amos einen Bolzen in ein Gelenk des mächtigen Ruders. Er schlug erst ein und entzündete sich dann in diesem weißen Feuer. Die Schneevogel schwankte und knirschte. Die Ruder bogen sich fast durch, als die Mannschaft sich gegen sie stemmte. Eine Welle hob unser Schiff, es knirschte erneut, und mit einem Ruck waren wir frei. »Das Ruder!« rief Elgata zu Mendel und wies auf das Steuerruder des feindlichen Schiffs, das sich nur noch wenig bewegte. Der Aufprall der Schneevogel hatte es zur Seite gedrückt, und Amos Bolzen hatte es dort fixiert. Mit gebleckten Zähnen warf Mendel unser eigenes Ruder nach Steuerbord herum, während die Soldaten an den langen Rudern ihr Letztes gaben, um mit purer Entschlossenheit und Willen die Schneevogel zurückzusetzen. Das riesige Schiff zog nach Backbord davon. Über mir knallten die Segel, als sie herabfielen und sich mit Wind füllten. Von vorn stieg ein weiterer brennender Bolzen auf. Diesmal hatte Amos einen Wellenkamm abgewartet und schoss, als sich der Bug der Schneevogel anhob. Das feurige Geschoss flog hoch über die Bordwand des Feindes und traf durch Können oder glückliche Fügung einen der vier mächtigen Masten des schwarzen Schiffs. Was auch immer dieses Drachenfeuer war, es brannte weiß, nicht rot, und es musste von ungeheurer Hitze sein. Denn kaum einen Atemzug später standen dort oben am Mast des Feindes schon die schweren Taue in Flammen. Die Schneevogel bockte wie ein Pferd, als der Wind die Segel ergriff. Hastig wurden die Ruder eingebracht, während das Schiff sich stark auf die Seite legte. Neben mir verschwand ein Teil der Bordwand mit lautem Bersten. Eine tiefe Scharte im Deck entstand, wo eben noch drei Seeleute ihr Ruder einholen wollten. Mehr als Schatten hatte ich nicht gesehen, als die schweren Bolzen uns trafen. »Roderick!« rief Mendel, der mit dem Ruder kämpfte. »Hierher!« Ich ließ den sicheren Halt los und schlitterte über das steile Deck zu ihm. Unter meinen Füßen knirschte der blutige Sand. Dort lag der Steuermann und tastete ungläubig an sich herum. Sein linkes Bein war ihm mit einem Teil des Beckens abgerissen worden. Mit der anderen Hand hielt er sich an einer Stange am Fuß der Steuersäule fest. Das Schiff hob sich. Sein Blick traf den meinigen. Er verzog das Gesicht zu einem schiefen Lächeln, ließ die Stange los und rutschte durch die Bresche in der Bordwand ins Meer. Ich warf meine ungeschickt eingesetzte Kraft gemeinsam mit Mendel gegen das Ruder. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer zu halten wäre. Weiter und weiter schwang die Schneevogel herum. Vorne donnerte unsere Balliste und ein weißer Brand stieg auf, um nur knapp eine der Ballistenplattformen des Feindes zu verfehlen. Dann schoss die Schneevogel weg von dem verwundeten Riesen. Sein verklemmtes Ruder zwang ihn nach Backbord. Wir wichen nach Steuerbord aus. Schnell vergrößerte sich die Entfernung und als die schweren Ballisten des Feindes ein letztes Mal schossen, lagen sie deutlich zu kurz. Auch unsere Balliste schwieg. Obwohl sie drehbar gelagert war, reichte der Winkel nicht. Einen Moment lang war es still. Nur das Brausen der Wellen und das Knarren des Schiffs waren zu hören. Dann stöhnte jemand. Ein anderer schrie, weitere fluchten. Die Brandbolzen! rief Elgatha und zeigte auf die schwelenden Brände. Und schafft das Drachenfeuer von Bord! Mit schweren Zangen, Decken oder Ketten zogen die Soldaten die Bolzen aus dem Deck. Einer vergaß, was er tat, und griff mit bloßer Hand nach einem. Er schrie, riss aber den glühenden Bolzen heraus und warf ihn über Bord. Ich sah zwei Seeleute, die mit panischem Gesicht zur Reling rannten, einen schweren Trog aus Eisen zwischen sich, den sie hastig über Bord wuchteten. Als er auf dem Wasser aufschlug, entflammte er in gleißendem Weiß, ein Licht, das nur umso heller zu brennen schien, als der Trog in der Tiefe versank. Ich sah dem sinkenden Licht entgeistert nach. Ein mächtiger, dunkler Schatten zog in der Tiefe vorbei. Vielleicht war es aber nur der Wellengang, der das Licht falsch brach. Es versank tiefer in der Dunkelheit, dann war es weg. Das Deck war gespickt mit Bolzen, Pfeilen und Speeren. Dazwischen lagen Körper herum. Einige still, die meisten bewegten sich, fluchten, schrien oder wimmerten. Vor Schmerzen. In manchen Schilden steckten so viele Bolzen und Pfeile, dass man sie kaum mehr tragen konnte. Es mussten hunderte von Pfeilen gewesen sein, die auf uns herabgeregnet waren. Das Erschreckendste daran war, dass ich mich kaum daran erinnern konnte, wie es sich abgespielt hatte. Elgatha stand still und aufrecht. Sie hielt sich den rechten Arm und schaute zu dem Feindschiff hinüber, wo der Feuerschein immer stärker wurde. Das Feuer hatte auch die Segel erreicht. Zu ihren Füßen kniete ein Seeschlangensoldat und hielt noch immer einen schweren Schild zu ihrem Schutz hoch. Ich fragte mich, warum er ihn nicht ablegte, und sah dann erst, dass ihn ein Speer durch den Schild hindurch ans Deck genagelt hatte. Ihr könnt das Ruder jetzt loslassen, keuchte Mandel neben mir. Ich sah auf meine Hände, die sich immer noch um die Speichen krampften, atmete tief durch und ließ los. Wir müssen hier weg, rief Elgatha dem Schwertleutnant zu. Mandel nickte und hielt weiter seinen Kurs, der uns von dem brennenden Riesen wegführte. Wie lange der Angriff gedauert hatte, wusste ich nicht. Aber früher oder später würden die Wiwern zurückkehren. Als der Kampf begonnen hatte, war unser Feind kaum zu sehen gewesen. Jetzt brannte er lichterloh. Plötzlich schien es, als hätten die Götter das Feuer angefacht. Eine Stichflamme stieg auf, weit über die hohen Masten hinweg. Dann hob und drehte sich der Bug, als das Schiff langsam kenterte. Ein letztes Flack an, dann herrschte dort wieder Dunkelheit. Auch bei uns wurden die Flammen gelöscht, während Seeleute ihre getroffenen Kameraden unter Deck brachten. Amos' stämmige Gestalt schellte sich aus der Dunkelheit. Er schwankte, und gleich zwei abgebrochene Bolzen ragten aus seinem Brustpanzer. Einer hoch in der Schulter, einer in der Seite. Devon soll sich um euch kümmern, meinte Elgata als erstes zu ihm. Amos winkte ab. Solange die Bolzen noch stecken, blutet es kaum. Devon hat anderes zu tun. Warum geht ihr nicht zu ihm? Sie lachte leise. Aus dem gleichen Grund. Wie hoch ist der Blutzoll? Neun tot. Vier werden noch sterben. Bei acht oder neun ist es ungewiss und von der Gnade der Götter abhängig. Gut zwei Dutzend sind verletzt. Einige schwer. Er kratzte sich am Kopf, sah verwundert auf seine blutige Hand herab und zuckte dann mit den Schultern. Da waren eine Menge Pfeile in der Luft, lanzen Kapitän, Sir, meinte er. Ein blutiges Rinser lief ihm aus dem Mundwinkel. Er wischte es achtlos zur Seite. Sie hatten auch Speerschleudern, bemerkte sie, und schaute auf den toten Soldaten herab, der noch immer vor ihr kniete. Das, meinte Amos grimmig, habe ich auch bemerkt. Sie schloss erschöpft die Augen. Wie steht es um das Schiff? Hat der Sporn gehalten? Ja, meinte Amos, hustete und stützte sich schwer auf das Geländer auf. Der Sporn hielt. Es gibt ein paar Lecks, aber nichts, das uns gefährdet. Er schaute in die Dunkelheit, dorthin, wo der gekenterte Feind treiben musste. Ich dachte schon, ihr fahrt mitten durch ihn hindurch, meinte er. Er wankte, doch der Seegang war nicht der Grund. Devon soll sich um euch kümmern, Amos, sagte Elgatha. Jetzt, das ist ein Befehl. Hört ihr. Ei, Sir, Lanzenkapitän, Sir, stieß Amos hervor und schüttelte benommen den Kopf. Sobald ich Luft bekomme, Sir, sagte er und wischte sich das schaumige Blut vom Mund. Ich trat an ihn heran und nahm ihn auf meine Arme. Ich wusste ja, wo sich der Arzt finden ließ. Ich bin kein Kind, protestierte er flüsternd. Ich weiß, hier steht nur im Weg herum. Das will ich ändern. Na, wenn das so ist, sagte er und schloss die Augen. Die Kabine des Arztes enthielt fünf Kojen. Als er mir den Schädel zurechtgeschoben hatte, waren sie leer gewesen. Jetzt lagen Verwundete in ihnen, auf dem Boden, zwischen den Kojen und auch draußen im Gang. Als ich mich mit Amos auf den Armen durch die niedrige Tür zwängte, empfing mich die Hölle des Namenlosen. Auf dem lederbezogenen Bett lag eine weibliche Seeschlange. Die gleichen Lederbänder, die zuvor mich gehalten hatten, fesselten nun auch sie. Sie schrie und weinte und schüttelte verzweifelt den Kopf. Vier kräftige Kameraden hielten sie fest. Einer von ihnen weinte, aber er drückte sie unbarmherzig nieder, als Devon seine Säge über dem zerstörten linken Knie ansetzte. Der Fälscher sah zu mir hinüber, dann auf Amos. Er muss warten, rief er mir zu und zog die Säge durch. Die Frau schrie und zuckte in der mitleidlosen Umarmung ihrer Kameraden. Das tanzende Licht der Laternen, die Schreie, der Geruch von Blut, die abgetrennte Hand, die zu meinen Füßen über den blutigen Boden schlitterte, das alles war zu viel für mich. Ich suchte mir hastig eine Stelle an der Wand und rutschte mit Amos in den Armen an ihr herab, bis ich saß. Amos öffnete unvermittelt die Augen. Ihr habt wirklich keinen Magen für die Seefahrt, bemerkte er und starb. Ich saß dort und hielt ihn eine Weile. Dann meinte ich, staunend seine Seele zu sehen, wie sie sich aus seinem Körper löste, aufrichtete und sich traurig umschaute. Ich bildete mir noch ein, dass er mich mit einem schiefen Lächeln bedachte, dann blinzelte ich und er war fort. Schwer erhob ich mich mit ihm. »Ich hab gleich Zeit für ihn«, rief der Fälscher, während er mit einem glühenden Eisen hantierte. Die Frau wimmerte nur noch leise. Ich vermied es, genauer hinzusehen, schüttelte nur den Kopf und trug Amos zur Seite, dort, wo schon fünf seiner Kameraden still an der Wand lagen. Ich schloss ihm die Augen und ging wieder hoch an Deck. Als ich das Achterkastell erreichte, fand ich dort nur Mendel am Steuer vor und zwei andere Seeleute, die den Toten von dem Speer lösten. »Was ist mit dem Lanzenkapitän?«, fragte ich. »Sie war vernünftig genug, ihre Kabine aufzusuchen. Sie wird gerade verbunden«, teilte er mir mit. Er klang erschöpft. »Wie geht es ihr?« »Ein Bolzen hat ihr die Seite aufgerissen. Schmerzhaft, sicherlich, aber nichts, das ihr Leben bedroht. Was ist mit Amos?« »Er ist tot.« Mendel stieß einen Seufzer aus. »Hoffentlich war es das wert«, sagte er leise. Gleich drei Blitze zuckten in der Ferne herab und erhellten die See. Wenige Liedschläge später rollte der Donner über uns hinweg. Ein weiterer Blitz zuckte über das Firmament, während ein Windstoß die Masten ächzen ließ. Gegen das gleißende Licht des Donners meinte ich in der Ferne, die Umrisse einer Schar Vivon zu sehen. Doch dann öffneten sich die Schleusen des Himmels. Es war, als ob jemand Eimer ausschütten würde. Seit Wochen war das der erste richtige Regen für mich. Ich hob dankbar mein Gesicht im Himmel entgegen. Bei diesem Wetter würden uns die Vivon schwerlich finden können. Gerechtigkeit der See Als die Sonne sich aus dem Meer erhob, warteten sechzehn Seelen darauf, durch Soltas Tor zu gehen. Darunter auch die Frau, die unter der Säge gelegen hatte, und Amos. Drei weitere lagen in den blutigen Kojen unter Deck. Bei ihnen hatten es die Götter noch nicht entschieden. Ich hatte in der Nacht wenig Schlaf gefunden, denn als ich müde die Kabine betrat, lag Elgata in ihrem Bett und weinte leise. Ich zog es vor, sie nicht zu stören, und zog die Tür wieder hinter mir zu. Ich verbrachte die Nacht im Bug, während die Schneevogel sich durch das Unwetter kämpfte. Manchmal schien es mir, als ragte der Bug des Schiffes über einen Abgrund, dann wieder bohrte er sich in eine Wand aus Wasser, die über mich hereinbrach. Es war seltsam. Ich wusste nur, dass ich nichts weiter tun musste, als mich gut und sicher festzuhalten. Es kam mir gar nicht der Gedanke, dass die Schneevogel versagen könnte. Als der Morgen anbrach, war es, als ob das Unwetter nie gewesen wäre. Das Meer kräuselte sich bloß, und ein leichter Wind trieb uns voran. Jetzt bei Licht waren die Schäden besser zu sehen. Wie Pockennarben waren die Einschläge der Bolzen und Pfeile zurückgeblieben. Auf ihren Knien schrubbten Seeschlangen das Deck, bis die dunklen Stellen verblassten. Auf einer Seite lagen die Säcke mit den Toten. Ein weiterer wurde eben gerade auf Deck getragen. Das Schiff hatte nun einen neuen ersten Mat, einen kleinen, drahtigen Kerl mit einem skeptischen Grinsen, das ihm im Gesicht festgewachsen war. Als Elgata ihn das erste Mal bei seinem neuen Rang rief, sah ich mich nach Amos um. Aber es war Korporal Derkin, der herantrat und mich neugierig musterte. Also ihr seid der Kerl mit dem harten Schädel, von dem Amos sprach, meinte er. Er hielt mir die Hand hin. Ich bin Derkin. Ich erwiderte den festen Griff. Roderick. Er nickte mir zu und trat neben Mendel, der mit einem Schreibbrett in der Hand an der Reling stand. Der Schwertleutnant hatte ebenfalls nicht geschlafen und sah es ihm an. Elgata schaute mit zusammengekniffenen Augen übers Meer. In der Ferne waren die Feuerinseln näher gerückt. Wir müssten bald da sein, sagte sie. Sie behielt recht. Es dauerte nicht lange, bis ein Ruf vom Ausguck kam. Etwas polterte gegen die Schiffswand. Ich trat an die Reling und sah nach unten. Ein großes Stück Holz trieb dort. An einer Seite war es zerbrochen, an einer anderen Stelle verkohlt. Immer dichter wurde das Trümmerfeld. Ein paar Seeschlangen deuteten grimmig auf ein hellblaues Stück Rumpfbeplankung. Es musste zu einem der Piraten gehört haben. Also hatten Esen und die anderen zumindest einen von ihnen mit ins nasse Grab genommen. Langsam fuhr die Schneevogel durch das Trümmerfeld. Elgata hatte das Boot ausbringen lassen. Zehn Seeschlangen ruderten mit angestrengten Minen, während andere mit langen Haken Körper aus dem Wasser fischten, Namen hoch zu Mendel riefen oder manchmal nur mit den Schultern zuckten. Oft waren es nur Trümmerteile. Einmal löste ein Haken einen Mann, der sich auf ein treibendes Brett gerettet hatte. Doch als er ins Wasser sank, zeigte sich, dass etwas ihm die Beine abgebissen hatte. Es war ein Festmahl für die Fische. Hier und da zogen mächtige dreieckige Flossen vorbei. Seeschlangen standen mit Armbrüsten bereit. Korporal Derkin schwenkte drohend die Balliste herum, aber die Raubfische, Steinhaie, wie Mendel mir tonlos erklärte, ignorierten das Boot. Es gab genug anderes zu fressen. Es ereignete sich aber auch ein Wunder. Denn ein trillender Pfiff machte uns auf einen Delfin aufmerksam, der aus dem Wasser sprang. Nicht nur einen, wie sich zeigte, sondern ein ganzer Schwarm der klugen Tiere, die dort die Raubfische vertrieben. Sie kreisten um ein größeres Stück Rumpf, das etwas höher aus dem Wasser ragte. Mehr als ein Dutzend Seeschlangen hatten sich dorthin gerettet. Nicht alle hatten die Nacht überstanden. Als das Boot heran war, zeigte sich, dass ein paar von ihnen nur noch totgeborgen werden konnten. Doch der Göttergnade hatte elf Seeschlangen überleben lassen. Ein Wunder, das manchem hartgesottenen Soldaten die Tränen in die Augen trieb und ihn dankbar zu Solta beten ließ. Dass der Gott eine besondere Form von Humor besaß, zeigte sich, als sich ein kleiner, stämmiger Mann auf dem Wrackstück aufrichtete und drohend die Faust hob. »Eure Feigheit werdet ihr mir büßen, Elgatha!« rief Esen bitter. »Ich werde euch noch hängen sehen!« Hinterher waren wir uns nicht sehr einig darüber, was dann geschah. Esen schien den Halt zu verlieren, während eine Seeschlange scheinbar noch versuchte, ihn zu greifen. Wir hörten Esen schreien. Der Seemann, der ihn festhalten wollte, hatte einen Dolch in der Hand. Das sah ich auch, aber ich war mir nicht sicher, ob er zustach oder nicht. Halten konnte er den Admiral jedenfalls nicht, denn seine Hand löste sich und Esen rutschte ins Wasser. Er war zu diesem Zeitpunkt noch nicht tot, denn er tauchte prustend wieder auf. »Dafür hängst du!« rief er und hob drohend die Faust. Er konnte Elgatha meinen oder auch den Soldaten. Im nächsten Moment hob sich eine riesige, dreieckige Schnauze aus den brodelnden Wassern um ihn, so groß war das Maul, dass es den Admiral umfasste, ohne dass die mächtigen Zahnreihen ihn berührten. Mit aufgerissenen Augen verfolgten wir das Schauspiel. Dieser Raubfisch war ohne Zweifel groß genug, unser Boot entzweit zu beißen. Der riesige Fisch hatte es nicht eilig und schloss fast sachte den mächtigen Kiefer. Der Fisch war schwarz und weiß, fast majestätisch in seiner Erscheinung. Ein strahlend blaues Auge musterte mich und fast schien es mir, als ob er uns zuzwinkern würde, während er wieder gemächlich unter das Wasser glitt. Ich sah noch seinen hellen Bauch, als er sich in der Tiefe zur Seite drehte und langsam davonzog. Die Delfine hielten Abstand von ihm, eine kluge Wahl, wie ich meinte. »Das war kein Steinhai,« flüsterte Mandel. »Das war ein Reißwal!« Er schüttelte ungläubig den Kopf. »Ich habe bisher nur zweimal einen gesehen.« Hastig wurden die letzten Überlebenden geborgen, von ängstlichen Blicken ins Wasser begleitet. Doch es geschah nichts weiter. Wir fanden auch einen überlebenden Piraten. Ich denke, dass sie in gut 20 Bolzen trafen. Es war früher Morgen gewesen, als wir das Trümmerfeld erreicht hatten und die Sonne stand hoch am Himmel, als das Boot eingeholt wurde und Elgata die Segel setzen ließ. Der Segelmacher und vier weitere waren fleißig dabei, die Toten einzunähen. Ich hörte von einem Seemann, dass man befürchtete, das Tuch würde nicht reichen. Elgata hatte Mandel in ihre Koje befohlen. Sie saß stolz und gerade auf ihrem Stuhl und nahm den Bericht der Überlebenden entgegen. Diesmal saß ich mit hinter dem Tisch und führte das Buch, auch wenn ich nicht so schnell und sauber schrieb wie Mandel. Derkin saß auf Elgatas anderer Seite. Was genau auf dem Rumpfstück geschehen war, konnte nicht geklärt werden. Elgata schien auch nicht erpicht darauf. Wichtig war ihr zu erfahren, was ich in der Nacht zuvor zugetragen hatte. Mit brüchiger Stimme erzählten die Überlebenden davon, wie ein riesiges Schiff aus der Dunkelheit aufgetaucht war, begleitet von zwei Dutzend weiteren Piratenschiffen und von Bestien, die glühende Bolzen aus den Himmeln auf die Schiffe herabregnen ließen. Eine Überraschung gab es zu vermelden. Die Piraten hatten die Samara lediglich geändert und nicht versenkt. Sie ist beschädigt, Ser, erzählte ein Seemann. Er hatte seinen Namen als Anson angegeben und war einer von vier Überlebenden der Samara. Aber sie wurde nicht versenkt. Dessen bin ich mir sicher. Und Esen? fragte Elgata. Anson zuckte mit den Schultern. Er sprang über Bord, als die Piraten enterten. Elgata sah mich an und legte eine Hand auf meinen Arm. Schreibt das nicht. Er ging während des Kampfes über Bord. Sie sah den Seemann an. Das wolltet ihr sagen, nicht wahr? Er zögerte. Esen war ein Schwein, meinte er trotzig. Er geriet in Panik und Stabskapitän Henos musste ihn niederschlagen. Ich sah später selbst, wie der Admiral sich feige verdrückte. Einer der Piraten schoss auf ihn und er duckte sich hinter einen Kameraden, um dem Bolzen zu entgehen. Elgata bedachte ihn mit einem strengen Blick. Es gab in dieser Nacht eine Menge Heldentaten, sagte sie leise. Wollt ihr, dass von denen berichtet wird oder von der Feigheit eines einzelnen Mannes? Ihr wisst, wie es ist. Die schlechte Kunde reitet schneller. Joren hat es auch gesehen, meinte Anson nach einer kleinen Pause. Ich werde ihn daran erinnern, wie der Admiral stolperte und über Bord fiel. Er schaute Elgata offen an. Aber ein Held war er nicht. Das werde ich vor Bohrern beschwören. Ein Held war er gewiss nicht, entgegnete Elgata langsam. Ich glaube auch nicht, dass man das von ihm behaupten wird. Der Mann nickte und schaute dann mich an. Ihr seid der General, nicht wahr? Ich nickte überrascht. Ist es wahr, dass ihr vor einer Falle gewarnt habt? Joren ist der Signalmaat, der Samara. Er sagt, wir wären gewarnt worden. Elgata sprang für mich ein. Ja, er hat uns gewarnt. Esen meinte, ihr hättet uns Feige im Stich gelassen, sagte Anson. Die Schneevogel sieht nicht so aus. Außerdem habe ich die Toten bemerkt. Darf ich fragen? Wir haben eines der schwarzen Schiffe angegriffen und versenkt, meinte Elgata müde. Einen dieser Riesen? fragte der Mann ungläubig. Ja, sagte Elgata. Der Preis dafür war hoch? Das glaube ich gern. Anson lächelte ohne Humor. Ein Bulle hat uns also den Arsch gerettet? Darf ich fragen, welche Legion? Die zweite, hörte ich mich antworten. Er blinzelte. Die Unbesiegbare? Er schüttelte verwundert den Kopf. Sachen gibt es? Nun, wenn ihr noch herausfindet, wie man über Wasser marschiert, werde ich selbst zum Bullen. Anson, meinte Elgata müde, wir sind hier noch nicht fertig. Eis her, meinte der Seemann und ich schrieb nieder, wie Admiral Esen über Bord gefallen war. Elgata hatte sich dazu entschieden, südöstlich der Feuerinseln zu kreuzen. Es entsprach Esens letzten Befehlen, aber das war nicht der Grund, sie ging davon aus, dass die Piraten wie aufgescheuchte Hornissen vor der Insel kreuzten und sie wollte den Wievern entgehen. Kurz bevor die Sonne unterging, sahen wir ein fernes Segel. Müde bereitete sich Elgata auf den nächsten Kampf vor. Doch es war das kaiserliche Schiff Lanteras Glaube, ein Schwesterschiff der Schneevogel. Es wurde von Schwertkapitän Jänik kommandiert, der einen niedrigeren Rang als Elgata innehatte und ihr somit unterstellt war. Sie lud ihn zum Abendessen an Bord und er erstattete Bericht, während wir aßen. Diesmal schenkte uns ein anderer Schwertkadett ein, Maria war auch unter den Toten. Sie hatte einen brennenden Bolzen gelöscht und war dafür gestorben. Es war wenig erfreulich, was Jänik zu erzählen hatte. Zwei weitere Schiffe der Reichsflotte waren verloren, wieder waren es Vivern gewesen, die sie gefunden und die Piraten zu ihnen geführt hatten. Wir sind nur entkommen, weil ein Unwetter aufzog. Es scheint die Viecher zu stören, wenn es regnet. Er sah mit funkelnden Augen auf. Wir haben eins von ihnen erwischt, als es zu nahe kam, aber es gibt Dutzende dieser Bestien. Dann ließ er wieder den Kopf hängen. Wie lauten eure Befehle, Lanzenkapitän? fragte er. Elgata seufzte und rieb sich die Schläfen. Kehrt auf die Glaube zurück. Ihr werdet morgen früh eure Befehle erhalten, Kapitän. Doch zuvor werden wir unsere Toten bestatten. Vier Schiffe verloren, die Samara in der Hand der Piraten, stellte Elgata etwas später niedergeschlagen fest. Das wird Yilma nicht gefallen. Sie rieb sich ihre Seite und verzog das Gesicht. Wir befanden uns in der Kabine. Mendel und Derkin waren auch dabei. Vor uns auf dem Tisch stand ein guter Tropfen Rotwein. Zwei Schiffe sind zu wenig, um unseren Auftrag auszuführen, meinte Mendel. Diese Vivern machen den Unterschied. Er nippte an seinem Wein. Unter den gegebenen Umständen können wir froh sein, dass wir eines der schwarzen Schiffe versenken konnten. Noch einmal wird uns das nicht gelingen. Hätte Amos dem Schiff nicht das Ruder blockiert, seufzte Derkin. Elgatas Blick ging in eine unbestimmte Ferne. Wir können unseren Auftrag nicht mehr ausführen, meinte sie. Wir werden nach der Zeremonie Kurs auf Askir nehmen. Sie schaute zu mir und lächelte ein wenig. Ihr kommt also doch früher an euer Ziel. Sie hob ihren Becher. Auf die Kameraden, sagte sie, und wir tranken. Diesmal hielt nicht ich den Gottesdienst. Es war Elgata, die aus den Schriften vorlas. Ihre Stimme war belegt. Sie machte oft Pausen, um sich zu sammeln. Die Mannschaft der Schneevogel war in Reih und Glied auf Deck angetreten. Jeder trug seine beste Uniform. Unter dem ganzen Lindgrün stach meine Uniform heraus. Ein Schwertkadett hatte sie mir am Morgen gebracht. Sie bestand aus grauen Hosen mit einer goldenen Doppellinie an den Seiten und einer weißen, doppelt geknöpften Jacke mit hohem Kragen. Ein weißer Schwertgurt mit einem Paradedolch gehörte noch dazu. Auf dem linken Ärmel prangte ein frisch eingestickter goldener Stern, über dem waagerecht eine Lanze lag. Zu der Aufmachung gehörten noch weiße Handschuhe und ein weißes Kragentuch, das sorgfältig geknotet werden musste, damit es den Kragen richtig ausfüllte. Die Uniform hatte man irgendwo für genau solche Fälle an Bord gehabt. Doch damit meine braunen Stiefel schwarz wurden, hatte der arme Schwertkadett sie die ganze Nacht poliert. Ich hatte mich freundlich bedankt, woraufhin der Junge fast zu weinen anfing und hastig seinen Abschied nahm. Ich hatte ihm verständnislos nachgesehen. Ist es falsch, sich zu bedanken? hatte ich Elgata gefragt, als sie hinter der Decke hervortrat, die ihre Koje von meiner Hängematte abtrennte. Sie hatte den Kopf geschüttelt. Er bat mich darum, das tun zu dürfen. Weil ihr freundlich zu Marja gewesen seid und nach ihrem Namen gefragt habt. Und, weil ihr uns gerettet habt. Jetzt stand ich hier und trug die Uniform eines Lanzengenerals der Bullen mit der kaiserlichen Zahl zwei auf meinem rechten Ärmel. Die Blicke der geretteten Seeleute ruhten auf mir. Wie die anderen stand ich breitbeinig da, die Hände auf dem Rücken verschränkt und sah stark gerade aus, während Elgata die Namen der Toten verlas. Wie lange war ich nun an Bord der Schneevogel? Es musste der vierte Tag sein. Amos hatte ich kaum gekannt, Marja noch weniger. Und doch wurde mir der Kragen eng, als Elgata ihren Namen vorlas. In Paaren traten die Kameraden an ihre toten Freunde heran und hoben die Planken, bis die Toten ins Meer rutschten. Es waren Derkin und Mendel, die Amos-Planke kippten. Wieder spielten Delfine um das Schiff und allmählich begann auch ich an die Legenden zu glauben. Ich hatte schon an zu vielen Bestattungen teilgenommen. Diese beeindruckte mich auf seltsame Weise. Es war eine schlichte Feier. Nicht einmal Trommeln geleiteten die Toten in die Tiefe. Auch auf der Lanteras Glaube waren die Seeschlangen angetreten und sie wirkten nicht weniger betroffen. Sie waren eine eingeschworene Gemeinschaft, die von ihren Toten Abschied nahm und davon nicht gebrochen wurde, sondern in den einfachen Worten des Lanzenkapitäns Stärke und Zuversicht fand. Das habt ihr gut gemacht, sagte ich zu Elgata, als sie zurücktrat und das Buch zuklappte und erinnerte mich an Varoschs Worte auf der Lanze. Meint ihr, sagte sie leise, mir scheint es nie genug. Vielleicht begegnet euch der eine oder andere von ihnen nochmal in eurem Leben, sagte ich und er tappte mich dabei, dass ich es ernst meinte. Es lag mehr als Trost in dem Gedanken. Es war auch Hoffnung. Sie nickte bloß und atmete tief durch. Mandel trat vor und gab neue Befehle. Die Reihen der Besatzungen lösten sich auf, als sie sich wieder um das Schiff kümmerten. Nur wenig später blähten sich die Segel der Schneevogel und sie nahmen Kurs auf die Rückseite der Feuerinseln. Es ist der sichere und bessere Weg, erklärte Elgata. Ich hoffe, dass die Vivern vor allem das Gebiet um den Hafen sichern. Ich will nicht von ihnen entdeckt werden. Wir fahren an den Inseln vorbei ins offene Meer. Die meisten Piraten navigieren anhand der Küstenlinien. Sie verlieren ungern den Blick aufs Land. Das Mittagessen bestand aus eingelegten Eiern, Fisch und Kartoffeln in einer pampigen gelben Senfsoße. Elgata bemerkte meinen entzweifelnden Blick, als ich auf den Teller schaute und schmunzelte. Ihr werdet euch an solches Essen gewöhnen müssen, sagte sie. Wenn man bedenkt, dass wir nun schon gute sechs Wochen auf See sind, ist es fast schon eine Köstlichkeit. Wenn wir Asgier wie geplant in zwölf Tagen erreichen, habt ihr Glück gehabt, General, meinte Mendel mit einem freundlichen Grinsen. Wenn wir noch länger auf See bleiben, müsstet auch ihr euch bald mit Schiffszwieback begnügen. Der ist so hart, dass die Legionen ihn schon als Katapultgeschosse verwendet haben. Da ich hungrig genug für Steingeschosse war, machte ich mich über mein Essen her. So schlecht war es nicht. Kehla war eine Hafenstadt gewesen und ich hatte dort im Hafen alle möglichen wilden Geschichten über das Essen auf See gehört. Von Fleisch, das von Maden nur so wimmelte, bis hin zu Schiffszwieback, den man mit dem Hammer zerschlagen musste. Wenn man das bedachte, gab ich Elgatha recht. Es war eine Köstlichkeit. Es klopfte an der Tür. Devon, der Schiffsarzt. Er hatte sich umgezogen. Ich war froh darum, denn ich erinnerte mich noch zu gut daran, wie ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, von oben bis unten mit Blut verschmiert. Was gibt es, Devon? fragte Elgatha. Ich hatte mittlerweile erfahren, dass der Schiffsarzt zu den Federn gehörte, also zu dem Teil der kaiserlichen Streitkräfte, der sich hauptsächlich um Verwaltung und Logistik kümmerte. Sein Rang war der eines Schwertleutnants der Federn, und als solcher stand er, wie als Schreiber waren. Sie stellten auch die Ingenieure, Militärbaumeister und die Fälscher oder Ärzte. Seitdem er mir mitgeteilt hatte, dass er mich für einen Nekromanten hielt, waren wir nicht mehr dazu gekommen, uns zu unterhalten. Ich nahm an, dass er informiert war. Das ganze Schiff wusste von dem General. Jetzt nickte er mir und Mendel knapp zu, bevor er sich Elgatha zuwandte. Ich habe vier Leute im Krankenquartier liegen, die sterben werden, wenn sie nicht bald einen Tempel Segen erhalten, teilte Elgatha schroff mit. Ich hörte, dass ihr die Mission abgebrochen habt und wir nun Kurs auf Asgir nehmen. Asgir ist zu weit. Wir müssen nach Alda. Dort gibt es Tempel. Ein Freund von mir, Stabs Major Bendrik hat Boron II empfangen Mendele und Elgatha wechselten einen Blick. Dann wandte sich Elgatha mir zu. General? Wir Devon unterbrach sie und sah mich zornig an, obwohl ich bislang nichts anderes getan hatte, als weiter zu essen. Wenn ihr euch für so wichtig haltet, dass ihr drei Männer und eine Frau dafür sterben lasst, vier Tage früher in Asgir zu sein, dann verdient ihr es nicht, diese Uniform zu tragen, fauchte er. Denkt daran, auch ihr werdet eure Entscheidungen vor Boron verantworten müssen. Ich habe nichts dagegen, sagte ich milde. Ich werde dem Lanzenkapitän nicht in seine Entscheidungen hineinreden. Devon, sagte Elgatha, wir folgen eurer Empfehlung und setzen Kurs auf Alda. Ich will keine weiteren Leute verlieren, aber euer Ton ist unangebracht. So, fragte Devon bitter. Seitdem er an Bord ist, sterben die Leute wie die Fliegen. Was wollt ihr damit unterstellen? fragte Mandel gefährlich leise. Denkt ihr immer noch, er sei ein Nekromant? Ich weiß nicht, was ich denken soll, meinte Devon. Er trägt einen Ring, den er anders nicht tragen könnte. Wenn er echt ist. Er ist echt, sagte Elgatha hart. Mein Ring hat seinen erkannt. Was werft ihr ihm vor? Devon holte tief Luft und schüttelte den Kopf. Ich bin zu alt, um abergläubisch zu sein. Und doch ist es Zerodrik ist mir unheimlich. Er sah mir direkt in die Augen. Ich weiß nicht, was es mit euch auf sich hat, aber kommt meinen Verwundeten nicht zu nahe. Warum? fragte ich ruhig. Sie sterben mir dann zu schnell, antwortete er und deutete eine Verbeugung vor uns an. Entschuldigt mich, ich habe noch mit Solta zu kämpfen. Mit diesen Worten drehte er sich um und stapfte hinaus. Hätte ein Schwertkadett die schwere Tür nicht aufgefangen, wäre sie wahrscheinlich hart ins Schloss geschlagen. Elgata schaute auf ihren Teller, der fast noch unberührt war. Dann seufzte sie und tupfte sich mit einem Tuch die Lippen ab. Sie erhob sich, nickte mir zu und begab sich hoch an Deck. Kurz darauf hörte ich durch die Planken über uns, wie sie Befehle Wind und Seegang veränderte. Es war nur ein leichtes Knarzen und die Lampe pendelte etwas weiter nach Steuerbord als zuvor. Mandel sah mich aufmerksam an. Ihr wirkt betroffen, sagte er leise. Warum? Selbst Devon kann nicht ernstlich glauben, dass ihr ein Nekromant seid. Doch in einem hat er recht, entgegnete ich und schob meinen Teller von mir weg. Ich hatte genug. Wenn ich in der Nähe bin, stirbt es sich leicht. Ich erhob mich. Ich denke, ich brauche etwas frische Luft. Ich spürte Mandels Blicke in meinem Rücken, als sich die Tür hinter mir schloss. Ich ging zum Bug und rauchte meine Pfeife. Einer der Seelleute hatte mir etwas von seinem Tabak Vorrat verkauft. Der Rauch war bitter und ließ die Weichheit des Bessereiner Apfeltabaks vermissen, den ich so lieb gewonnen hatte. Aber es beruhigte mich, dort am Bug zu stehen und zu schauen, wie der Wind den Rauch verwehte. Alda Wir hatten günstigen Wind und Elgata ließ jeden Fetzen Segel setzen. Dennoch dauerte es fast zwei Tage, bis am Abend die Küste von Aldane zu sehen war. Das war eine Rekordfahrt, meinte Mendel, der sich auf dem Achterdeck zu mir gesellt hatte, während die Sonne unterging. Ein neues Schiff, glatte Planken. Es ist eine Freude, sie so über das Wasser fliegen zu sehen. Er trat neben mich und stützte seine Hände auf die Reling. Dort, wo er stand, war das Holz hell, fast weiß. Der Schiffszimmermann hatte gute Arbeit geleistet. Ich erinnerte mich daran, wie der Steuermann mich angesehen hatte, als er hier durch die Bresche ins Meer geschlittert war. Miran ist gerade gestorben, teilte er mir mit. Damit waren es jetzt nur noch zwei, die Devon in Alda zu retten hoffte. Einer der anderen war schon letzte Nacht gestorben. Ich hielt mich fern vom Krankenquartier, vermied sogar die Stelle auf Deck, unter der er sich befand. Ich sagte nichts dazu. Ich bin seit meinem elften Lebensjahr bei den Seeschlangen, sprach Mendel weiter. In dieser Zeit habe ich zu viele Menschen sterben sehen. Manchmal dachte ich auch, dass es nicht so sein sollte, dass ich lebe und andere nicht. Er lachte freudlos. Sechsmal war ich an einem Seegefecht beteiligt. Zweimal haben wir geändert, einmal wurden wir geändert. Mein erstes Schiff, die alte Handiers Schwert, ging in einem Wintersturm unter. Ich rettete mich mit zwei anderen. Wir hatten Glück, denn ein Fischer holte uns fast sofort aus dem Wasser. Einer meiner Kameraden war unbemerkt gestorben, der andere verlor zwei Finger und alle seine Zehen. Sie waren ihm erfroren. Die einzige Verletzung, die ich trunken versuchte, auf das Schiff zurückzukehren und der Bordwache vor die Füße fiel. Er schaute nach oben, dorthin, wo die Nacht bereits aufzog und die fernen Gestirne zu funkeln begannen. Ist Soltar ungerecht, weil er mich leben lässt? Oder er hört er nur die Gebete meines Eheweibs und meiner Tochter, die jeden Tag in seinem Tempel für meine Rückkehr beten? Einer seiner Priester meinte zu mir, dass der Gott nimmt, was er nehmen muss, entgegnete ich nachdenklich. Warum der Gott überhaupt etwas muss, hat mir der Priester jedoch nicht erklärt. Auch Götter werden Regeln haben, meinte Mendel. Könnt ihr mir etwas über Aldane berichten, fragte ich, weil ich nicht weiter über Soltar nachdenken wollte. Er hatte lange genug mein Denken beherrscht und ich wollte mich nicht wieder auf den gleichen alten Pfad begeben. Ich war frei von ihm, egal was Devon dachte. Aldane, Mendel seufzte leise. Es ist ein Ort, den unser Kapitän nur ungern ansteuert. Wir besitzen nur noch einen kleinen Flottenstützpunkt in Alda, der Kronstadt des Landes. Das Königreich hat seine eigene Flotte und ist stolz darauf. Mit Recht, denn nach der unseren ist es die größte Flotte in den sieben Reichen. Aber obwohl Aldane von allen Reichen unser wichtigster Verbündeter ist, gibt es viele Spannungen. Vor fast sieben Jahren starb die Königin von Aldane bei einem Reitunfall. Seitdem ist ihr Bruder, Herzog Halter von Bergen, Regent für den Prinzen Tamin, bis der seine zwei Dutzend Jahre erreicht hat und gekrönt werden kann, was in wenigen Monaten der Fall sein wird. Zwei Dutzend Jahre ist spät für eine Krönung, sagte ich verwundert. Meine Königin übernahm die Krone schon mit weniger als einem Dutzend. In Aldane ist alles etwas anders, meinte Mendel. Der Herzog ist ein fähiger Regent. Außerdem berät er sich in allen Dingen mit dem Prinzen. Tamin ist der Herrscher von Aldane. Nur trägt er noch keine Krone. Ist das Land unruhig? fragte ich. Besteht Gefahr, dass jemand anders nach der Krone greift? Ihr schaut so grimmig drein. Nein, nach dem Prinzen wäre der Herzog selbst wieder der Thronerbe. Dann dessen Kinder. Er hat zwei. Sie haben schon verlauten lassen, dass sie froh wären, wenn Tamin endlich die Krone trägt. Das haben schon andere gesagt. Das mag sein, gab Mendel zu, aber man scheint es ihnen zu glauben. Wichtiger ist, dass der Baron, seine Familie und auch der Prinz fest daran glauben, dass die Königin Opfer einer Verschwörung wurde. Es ist vorstellbar, denn ich weiß mit Sicherheit, dass es mindestens einen Attentat auf sie gab, als sie zur letzten Kronrats Sitzung in Asgier war. Es wurde nur knapp abgewendet. Das alles spielt mit hinein, wenn der Kapitän nicht gern in Alda vor Anker geht. Wie das? Aldane ist stolz darauf, ein Königreich zu sein. Es herrscht dort noch immer ein altes System, mit einem undurchschaubaren Geflecht aus Ehren und Lehens Beziehungen. Ehre ist das höchste Gut eines Menschen. Ohne Ehre ist er nichts. Ein Gefallen erzeugt einen anderen. Der Lehensherr ist der Richter und ist wiederum nur seinem Lehensherrn verpflichtet. Prinz Tamin ist ein absoluter Herrscher. Es gibt keinen Rat, der ihn einschränkt. Sein Wort ist gesetzt. Er selbst ist nur den Göttern verantwortlich. Keinen Adels oder Ständerat? fragte ich nach und Mandel schüttelte den Kopf. Nein, es ist nicht erwünscht. Die Götter gaben Aldana einen König, damit der herrscht. Das gilt auch für die Geschlechter. Die Götter haben entschieden, dass die Frau dem Mann untertan ist und die Aldana nehmen das sehr ernst. Ihr wisst schon, dass das eine gewagte Interpretation der Schriften ist, fragte ich und Mandel lachte. Das braucht ihr mir nicht zu erzählen. Aber auch das Buch der Astarte sagt, dass die Frau dem Mann untertan sei. Darauf beruft man sich in Aldane. Ja, sagte ich, ich kenne die Stelle. Astarte rät den Frauen zu akzeptieren, dass der Mann stärker ist, wenn es um die Kraft des Körpers geht. Sie rät, sich darin nicht gegen ihn zu stellen. Vielmehr fordert die Göttin die Frauen auf, den Mann dort zu ergänzen, wo er schwach ist, sodass die gemeinsame Stärke beiden Nutzen bringen möge. Ich lächelte. Es folgen dann zwei Seiten mit Ausnahmen, in denen geregelt ist, wann eine Frau dem Mann widersprechen und sich nicht fügen soll. Bis zu dieser Stelle liest man in Aldane gar nicht erst, meinte Mendel schmunzelnd. Der erste Satz reicht ihnen. Er wurde wieder ernst. Dem zufolge glauben viele Aldaner, dass die Reichsstadt dem Willen der Götter zu wider handelt, indem sie Frauen erlaubt, Posten zu beziehen, die von den Göttern für Männer vorgesehen sind. Frauen haben den Haushalt zu führen, die Kinder zu bekommen und sie gemäß den Schriften zu erziehen. Ganz gewiss sollten sie kein Schwert tragen oder gar ein Schiff befehligen. Als ich das letzte Mal in Alda war, tobte gerade ein erbitterter Streit darüber, ob es Frauen erlaubt sein sollte, ein Pferd zu reiten. Warum denn nicht? Es könnte durchgehen und so weit weg laufen, dass der männliche Beschützer nicht mehr in der verlassen. Ah, meinte ich. Ich schmunzelte, als ich mir vorstellte, wie jemand Leandra oder gar Zucora den Gedanken an einen männlichen Beschützer erläuterte. Es gibt noch etwas, was man über Aldane wissen muss, fügte Mendel säuerlich hinzu. Jede Form der Magie wird dort der Nekromantie gleich gesetzt und mit dem Tod auf dem Scheiterhaufen geahndet. Aber nach königlichem Recht muss ein Angeklagter einem Priester vorgeführt werden. Wenn man Glück hat, geschieht das auch. Aber wahrscheinlicher ist es, dass ihr von einer aufgebrachten Menschenmenge auf einen schnell errichteten Scheiterhaufen gezerrt werdet. Vor allem auf dem Land ist dieser Fanatismus verbreitet. Ihr findet genügend Dörfer, wo auf dem Marktplatz dauerhaft ein Scheiterhaufen bereitsteht. Diese entlegenen Orte bieten einem fanatischen Kult einem Kult, der den Aberglauben und die tiefsten Ängste der einfachen Leute schürt. Er ist verboten, aber niemand kümmert sich darum. Es geht so weit, dass sogar manche ihre eigenen Kinder den Flammen übergeben. Er betrachtete mich eingehend. Eines sage ich euch, General, es ist den Aldane leichter, als Nekromant auf dem Scheiterhaufen eines Lichtbrands zu landen, als sich einen Schnupfen einzufangen. Und das ist Askiers wichtigster Verbündeter? fragte ich zweifelnd. Ja, noch, entgegnete Mendel seufzend. Wenigstens solange der Prinz noch lebt. Aber der Kult stellt eine Gefahr dar, die alle sieben Reiche erschüttern könnte und sogar den Vertrag von Aski gefährdet. Ihr malt ein düsteres Bild, schwert Leutnant. Ist es wirklich so schlimm? Seit der Vertrag von Aski dem Königreich seine Unabhängigkeit zurückgab, hat es sich mehr und mehr abgeschottet. Es gibt kaum noch Grenzverkehr zwischen den Reichen. Nur der Handel mit den Erzvorkommen, über die Aldane so reichhaltig verfügt, floriert noch. Es ist nach Bessereien das größte Königreich und das reichste. Dort nahm die Sage von Askanon ihren Anfang. Es war das erste ihn gelang es zu einer beispiellosen Blüte. Und dennoch. Obwohl die Aldaner dem Kaiser so viel zu verdanken haben, haben sie sich am weitesten von dem entfernt, für was Askir und das Kaiserreich einst standen. Sie halten sich an die Buchstaben des Vertrags, aber nur dort, wo sie die Worte nicht verdrehen können. Ich hoffte nur, dass er damit nicht recht behielt. wie ich mir von ihm das Seerohr, schaute hindurch und war nun selbst versucht zu seufzen. Mit den Wiesen und Wäldern und dem Bauernhof, den ich in der Ferne sah, hätte es beinahe meine Heimat sein können. Dann fiel mir ein Turm auf, der sich in der Ferne empor reckte. Er war aus den glatten kaiserlichen Quadern erbaut, zuerst eine rechteckige Darauf ein Mast, an dem sich sechs Arme befanden, die sich ruckartig auf und ab bewegten. Hinter dieser seltsamen Konstruktion wuchs ein Stab aus Metall in die Höhe, der an seiner Spitze das glänzende Blatt einer Speerspitze trug. Der Turm selbst war zu klein, um mehr als einem Treppenhaus Platz zu bieten, besaß aber im obersten Stockwerk einen umlaufenden Balkon, auf dem ich große Signallaternen erkannte, ähnlich der, die sich auch auf der Schneevogel befand. Ich erinnerte mich an etwas, das Mendel mir über die Signale berichtet hatte, schwenkte das Seerohr herum und schaute weiter die Küste entlang. Und dort in der Ferne, fast nicht mehr zu sehen, stand ein weiterer Turm dieser Art. Der Turm, in dessen geborstner Zisterne ich das Wasser gefunden hatte, war in gleicher Art gebaut gewesen und jetzt wusste ich auch welche Funktion er einst besessen hatte. Ist das einer dieser Signaltürme, von denen ihr gesprochen habt, fragte ich Mendel, als ich ihm das Seerohr zurückgab. Klug erkannt, sagte er. Es gab einst Hunderte von ihnen. Es heißt, es wäre zur Zeit des alten Reichs möglich gewesen, eine Nachricht von einer Grenze zur anderen zu schicken und in wenigen Kerzen Antwort zu erhalten. Es gab solche Verbindungen zu jeder größeren Stadt und Garnison und nicht nur das Militär nutzte sie. Aber nach dem Vertrag von Askir wurden die Federn von diesen Türmen abgezogen. Die Reiche sollten sie mit ihren eigenen Leuten bemannen. Am Anfang geschah das auch, aber unvollständig. Oder die Leute übermittelten die Botschaften falsch. Mit der Zeit hörte man auf, sie zu nutzen und die Türme zerfielen. Jetzt gibt es nur noch wenige Signalstrecken. Diese hier ist noch in Benutzung, weil die Reichsflotte die Küstenlinie von Aldane und den Varlanden schützt. Die Türme erlauben uns, mit der Admiralität in Verbindung zu bleiben. Sobald wir näher heran sind, werde ich eine Meldung abgeben. Und zwei Kerzen später weiß Admiral Yilma in Askir, was geschehen ist. Wenn wir in Aldar einlaufen, wird man uns bereits erwarten. Von einer Seite des Reichs zur anderen. Wie viele Meilen waren das in der größten Strecke? fragte ich neugierig. Mendel zuckte mit den Schultern. 1500 Meilen vielleicht? Und eine Antwort in zwei bis drei Kerzen? Das bedeutet, eine Nachricht konnte mehr als 500 Meilen in einer Kerze zurück legen, stellte ich fassungslos fest. Manchmal dauerte es in der Kronstadt länger, einen Boten von der Kronburg runter zum Fischmarkt zu schicken. Das glaube ich gern, meinte der Leutnant schmunzelnd. In Askir selbst werden die Semaphoren noch immer ausgiebig genutzt. Auch von den Händlern oder von einfachen Bürgern. Meine Schwester hat einen Bauern im Ost Zirkel geheiratet und ab und zu schickt sie mir Nachricht oder eher ihr. Es kostet ein Kupferstück pro Satz. Er sah sehnsüchtig zum Land hin. Das Erste, was ich tun werde, wenn wir festes Land betreten, ist, Nachrichten an meine Frau, Tochter und an meine Schwester zu schicken. Er erlaubte sich ein feines Lächeln. Aus irgendwelchen Gründen sind sie immer in Sorge um mich, wenn wir auslaufen. Schickt ihnen doch gleich von hier eine Botschaft, schlug ich vor und zeigte auf das Signalgerät. Doch er schüttelte den Kopf. Das wäre gegen die Regeln. Es dürfen nur dienstliche Nachrichten übertragen werden. Einen Moment lang schien mir diese Regel dumm. Dann sah ich ein, dass es gegenüber den anderen Besatzungsmitgliedern ungerecht wäre. Wollte man allen würde das Ganze ewig dauern und vielleicht die Signalstrecke blockieren. Ich warf einen verstohlenen Blick zu Mendel, der in Richtung Land sah. Auf ihn wartete jemand, eine Familie. Es war lange her, dass jemand auf mich gewartet hatte. Es dauerte nicht lange, bis die Signallaterne entzündet war und zu klappern anfing. Wir sahen zu, wie in der Ferne eine Laterne am Turm aufflackerte und ich verstand allmählich, wie vielfältig die Errungenschaften des Alten Reichs gewesen waren. Umso unverständlicher erschien mir, wie viel in den Jahrhunderten davon verloren gegangen war. Warum nur hatte Askanon den Thron aufgegeben und war verschwunden? Errung war Errung von Errung Errung Vielen Dank.